und herzlich willkommen und glück auf heute mal wieder aus der wunderschönen abteilung ist jetzt das bild ist groß das bedeutet heute kommt wieder ein wunderschönes an ich habe bei cold iron bestellt die hatten nämlich eine 1 euro aktion und ich habe natürlich ein bisserl bestellt viele slam bands hatte ich darunter schon aber das was noch da war da habe ich mal alles gekauft was mich interessiert hat so an der alten schule teuerweise hier an stückiligilis muss man ein bisschen was mit zeigen hier geilo milo immer ran hier von dem meter da muss man muss man schon sagen bock die wog wm als der das der ist zu 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 weiß das ist zu hell für mich und noch ein kleines diggeli so was habe ich bestellt ich habe bestellt ha 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 wenig im def co bereich im slam bereich also eigentlich fast gar nichts außer tonnenweise an verpackungs material also verpackt worden sie waren sie echt schön muss ich sagen ich habe mir jetzt mal zugeschlagen weil ich sie einfach nicht da hatte weiß ich mir noch nie gekauft habe damals und für ein euro sage ich kann sie definitiv kaufen zwei job vor cowboy cds geilo dann eine spawn of disgust wonderful 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 also immer defco immer beatdown und jetzt haben wir noch die acacia strain zwei platten da kam glaube ich letztes jahr irgendwann das neue album raus und dann habe ich noch mal wunderschön das ist ein digipack sogar von nekrophabic nekrophobik nekrophobik mit mir noch geholt da habe ich natürlich dann so gesagt ja das ist eine ausbeute sage ich so ganz ehrlich hammer hat für die cds zu verlangen ist eigentlich mehr als geschenkt also das musste überhaupt überlegen absolut premium haft und geil einfach ja das ist ein unboxing was mir wieder was mich wieder sehr geflasht hat also gerade für wann war das glaube ich im ende dezember war das eine ein euro aktion wann habe ich das ausgaben am 30 30 10 12 war das habe ich das noch mal auf meinen discord kanal reingeschickt das eine ein euro aktion bei cold iron ist und jetzt ist es da ich muss ganz ehrlicherweise sagen hammer also ich bin schon bei die job vor cowboys und vor allem die sind ja alle noch verschweißt ne das start ist doch vollkommener hammer da bin ich sprachlos also definitiv da auch die spawn of this cast die werde ich mir so schön in meinen ohrlöchleinen scheppern auch eine sehr beliebte beatdown band für mich spawn of this cast und die acacia strain defco einfach nur der alten schule und dann sehe ich halt einfach dass die vor paar monaten einfach mal in neues album raus gehauen haben was haben wir denn wie gesagt da haben wir eigentlich kein schlechtes schnepperle gemacht und muss man jetzt eigentlich sagen voll aufzufrieden da lasse ich mich an die lumpen und da wird auch bestellt das machen wir auf jeden fall also das ist der hammer also ich bin bei 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 job vor cowboy dinger bin ich ja unglaublich geil drauf ne also wenn es da wieder aktionen gibt leute zuschlagen zuschlagen und noch einmal zuschlagen ich erst noch mal mit einblenden die aktion die wir noch mal ein bisschen was mit zeigen jobs mit verlinken etc pp das war wie gesagt jetzt ein kleines unboxing scheiben mäßig hammer jetzt die genesis von job vor cowboy ehemal dann haben wir jetzt hier rotation hammer sind das sind ältere dinge auf jeden fall ich weiß gar nicht wann die rauskommen bin mir gar nicht mehr so sicher ja spawn auf das kasten ist glaube ich die vorletzte sein glaube ich vorletzte continent von case strain und dead dead walk sind auch zwei ältere scheiben definitiv und ja wie gesagt das ist das einzige album was ich von nekrophobik kennen da muss ich sagen was also da muss ich noch ein bisschen reinhören bei andy christ das war das einzige was ich kenne und vor allem als dickie pack alles ist so ein pappschuber geil 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 in diesen sinne dankeschön dafür noch mal kuss auf die nuss geht natürlich raus ne wunderschön deswegen mache ich das ist jetzt auch keine bezahlbare also es wurde mir nicht gesponsort vom label aber ich will einfach noch mal sagen mit unterstützen und supporten das ist ganz wichtig in der szene dass wir uns alle mal ein bisschen an der eier fassen in diesem sinne frohes neues der bub hat wieder neue musik zum anhören unter stüb wir sehen uns beim nächsten video wieder reingehauen und wieder geschauen wir sehen uns beim nächsten video